Und hör auf zu kotzen hier. Das hört alles. Stehen die Kamera doch woanders hin. Ich kann das. Vielen Dank. Da, 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 da! Ja! 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 Ich hab ja schon an den Ansatz mit. Ich hab das einfach aufgegemerkt, dass es nichts passiert. Das hier jetzt mal so. A und P! Ja! Vielen Dank. 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 Thank you. Bye. 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 Applaus 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 Das ist ein Wettbewerb. Bravo! 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 Applaus 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Hello. Oh. 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 Die Nadine hält aber auf, wenn der Wind von ganz woanders kommt. 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 Dass die immer wieder in dieser Höhe schmalz. Sie wissen doch, dass das noch verlassen wird. Verstehe ich nicht? Der Wind von ganz woanders kommt. Der Wind von ganz woanders kommt. Der Wind von ganz woanders kommt. Das wird aber auch zweimal wieder. Das ist die Klau-Schreuzung. Sie müssen doch wissen, die haben das ganze Tor dick. Sie müssen sie doch in diese Hülle schmeißen. Die Klau-Ref-Greuzung. Das kann man wohl nicht ändern. Die Klau-Ref-Greuzung. Und diese beiden Verlusten. Da tun sich beide gegenseitig nichts. Aber die Ausbau ist schon ... Ja, das geht gar nicht. Sie schmeißen in eine verkehrte Höhe. Du schlägst sie doch. Genau, also müssen sie überwegschmeißen. Du siehst, sie liegt mit der Seite. Die Klau-Fage-Greuzung. Das ist auch ein Hinweis. Vielen Dank. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Sie machen sich die Überlegten. Das sind Wiese. Sie machen sich die Musik ab. Die Bekannten. Sie machen sich die Einführung. Applaus 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 Wo waren die gestern Abend? Schon auf 2. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR